Als erste Frage, wie kam es denn zu dem Namen für den Übermorgen? Wieso Zukunftsfestival? Ja, Zukunftsfestival deswegen, weil dieses Jahr feierte ja Stadt Fürth 200 Jahre Stadterhebung und da waren so viele Angebote zum Thema Vergangenheit, 200 Jahre Geschichte. Und wir sind ja für die Jugendarbeit zuständig und Jugend heißt ja auch Zukunft, Denken mit Jugendlichen zusammen in Zukunft gestalten. Und da dachte ich, da muss man was machen, wo wir überlegen, wie wollen wir eigentlich in Zukunft hier Stadt miteinander leben. Eben dieses Jubiläum war eine Chance zu sagen, okay, da können wir mit unseren Methoden auch was anderes, was Frischeres einbringen oder was Aktuelles. Und da haben wir die Chance genutzt zu sagen, okay, da reihen wir uns mit ein. Wir haben halt ganz viele Initiativen, die hier auf dem Platz ihre Zelte aufgeschlagen haben. Infostände, also es stellen sich erstmal viele vor, die aktiv in der Stadtgestaltung, vor allem auch in dieser nachhaltigen Stadtgestaltung da sind. Das heißt, wie Fairtrade Town stellt sich vor, dann eine Weltladen stellt sich vor, Bund Naturschutz, Müll- und Umweltverein stellt sich vor, Fahrradinitiativen. Dann das Projekt Echt Fürth, also das Partizipationsprojekt der Stadt Fürth, das Jugendamt stellt auch vor, was sie machen, wie man sich beteiligen kann. Wir haben dann auch noch so Urban Gardening, weil das ist ja auch was für Stadtgestaltung, Upcycling, um kreativ was zu machen und Müll zu vermeiden. Dann haben wir die Lebensmittelretter hier am Platz, die auch zeigen, wie sie arbeiten und natürlich auch immer wieder Mitglieder suchen. Dann Nimm und Gib, das ist der Tauschring hier in Fürth. Also klar, das Teilen, Tauschen, Wiederverwerten ist ein großes Thema. Ja, und immer wieder andere Geschichten und dann halt viele Mediengeschichten. Also wir machen Makerspace zum Beispiel, das heißt mit Technologien selber kreativ werden und Zukunft gestalten, smart, mit 3D-Drucker, das ist Thema. Und dann halt natürlich auch so Sachen wie mit kreativen, technischen Möglichkeiten, Computer, seine Stadtideen zu visualisieren. Also mit VR, Virtual Reality-Geschichten ausprobieren, kreativ zu werden, vielleicht auch analoge Methoden zu nutzen, so ein bisschen Architekt zu spielen. Du merkst, es ist viel, aber das Kernstück ist unsere Ausstellung, in der dann alles ein bisschen gesammelt wird. Wir wollen erreichen, dass erst mal die Initiativen sich kennenlernen und die Menschen erleben, wer macht hier was und wo kann man sich andocken. Und wir wollen, dass alle die Interesse haben, ihre Stadt zu gestalten, ihre Ideen hierher bringen, sie kundtun, teilen und am besten noch in unserer Ausstellung, die wir haben, fixieren, niederschreiben und wir sammeln quasi, was wollen die Förder, wie wollen die Förder in Zukunft haben. Und das soll dann der Politik übergeben werden, der Stadtverwaltung, damit sie auch sieht, was sie zu tun hat.